Hallo, ich bin Thomas Schwarzer, Omega Health Coach aus Ubersulm und begrüße dich ganz herzlich zu Teil 11 unseres Kurses Wie erfülle ich mir meine Grundbedürfnisse? Heute geht es um Bestätigung. Wir verstärken die Integration wieder mit dem Chakra MPI. Wir nehmen einfach die rechte Hand und fahren vom Herz aufwärts eine liegende Acht über unseren Brustbereich. Wir nehmen einen tiefen Acht zu und beginnen. Ich finde Selbstbestätigung in mir und brauche diese nicht mehr von anderen. Ich fühle mich sicher und darf dies sein, ganz und gar. Ich finde Selbstbestätigung in mir und brauche diese nicht mehr von anderen. Ich fühle mich sicher und darf dies sein, ganz und gar. Ich finde Selbstbestätigung in mir und brauche diese nicht mehr von anderen. Ich fühle mich sicher und darf dies sein, ganz und gar. Ja, morgen kommen wir zum letzten Teil und bis dahin und immer lass dein Licht strahlen. Und bis dahin und bis dahin und immer mammach dich присутствi eaten.